So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch, heute gemeinsam mit Maudado. Hallo, hier ist Maudado. Hallo Maudado und wir spielen heute Hanso mit seinem Winterskin, der noch gearbeitet wird, aber es kann ja uns egal sein, wir sehen ja eh nur den Bogen aus der First Person. Der Bogen ist aber echt cool, der hat da so ein kleines Zielvisier da oben und damit kann man schießen. Naja, man trifft... Ich muss jetzt darunter leiden? Warum? Du den Skin spielst, weil ich den alten Hanso sehen muss? Ja, dann du musst leiden, Maudado, mein ganzes Team muss leiden. Wow. Weil der hat einen grauen Bart und das darf der nicht haben. Bah! Ich finde es nicht so schlimm, aber es gibt halt viele, die sich irgendwie darüber aufregen, dass er nicht genauso aussieht wie in dem Comic. Oh, natürlich die beste Map der Welt. Ja, Weltraum. Weltraum. Wusstet ihr, dass es Weihnachtsversionen der Maps gibt? Ja, ich weiß, die kommen nur nie irgendwie. Ich fände es cool, wenn es so eine Playlist geben würde, wo man halt sagen könnte, ja, ich will die beiden Weihnachtsmaps spielen. So, ja. Ja, wäre nett. Ja, eben, im Wessel. Verteidigung. Hm? Verteidigung. Verteidigung. Ja. Ich gucke mal, was die anderen auswählen und dann entscheide ich, was ich spiele. Also irgendwie, seitdem Moira da ist, gibt es keine Heiler mehr außer Moira. Warum ist Moira so krass? Ich weiß es nicht, in Moira wird mir immer gespielt. Oder macht Moira einfach zu viel Fun. Also mich als Hanzo nervt die Moira echt sehr häufig. Mich nervt die auch immer. Die macht ihren dummen Laser über die ganze Map und tötet einen. Guckt mal, Leute. Wenn ich mit einem Bogen anspanne, wird das Visier auf dem Bogen auch kleiner. Wie cool. Ich mach den Bogen gleich hundertmal besser. Ja, ist wohl ein Hanzo-Main. Ja. Ich habe echt viel Hanzo gespielt in letzter Zeit. Aber es ist halt einfach chillig. Ich balle meine Pfeile daneben und kriege Play of the Game. Ich hatte so viele Play of the Games in letzter Zeit, wo ich einfach nur meinen Pfeil durch Verbündete hindurch geschossen habe und irgendwie zufällig wen getroffen habe. Also hast du alle guten Spiele jetzt verspendet, willst du das sagen? Ja! Wir kriegen jetzt die Hölle. Ja! Und dürfen dann drei Stunden lang aufnehmen. Oh! Wenn es so wird, dann ist jetzt hier ein Cut bis zu einer guten Runde. Drei Stunden? Wie? Ich habe gedacht, dann hast du direkt, ähm, acht Folgen, neun Folgen. Ja, ich lade jetzt nur noch Hanzo hoch, bis wir eine gute Runde haben. Jetzt ist es eine Challenge, Sommel. Du musst es Challenge nennen. Und dann ist es ganz bestimmt... Guck, Buss, zack! Alter! Ui, Moira hinter... Au, mir wird wehgetan. Oh, Moira. Oh, ne! Okay, hinter uns ist auch noch die Hackerfrau. Oh. Hacker und Moira hinter uns. Äh... Ah, hab sie. Hahaha. Die Leute. Hahaha. Ich habe jetzt irgendwie vier Leute schon getötet. Hahaha. Da ist Tracer. Ich hoffe doch nur mit dem Streu-Pfeil. Ja, ja, die Tracer am Anfang mit dem Streu-Pfeil. Das ist kein. Hm. Au, 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 au. Au! Moira-Kugel. Wie gesagt, als Hanzo mag ich die Moira-Kugel nicht. Warte, bin ich rechtzeitig da? Kann ich nicht... Das ist noch ein Wallhack. Das erklärt, warum alle so gezielt auf mich gegangen sind. Kriegt ihr's? Ja, ihr schafft's so. Ich glaub an euch. Ich, ich, ich hoff's. Noobies Daka wird euch nicht hier ausschalten, hoffentlich. Ne, ne, ne. Daka, Tiki, Takurei. Tiki, Takurei. Was bist du? Ach, du bist Mercy. Ja, ja, aber wir haben ein Problem. Oh. Der Genji ist fast tot. Hast du ne Moira irgendwo rum? Ja, hm, irgendwie haben wir uns, glaub ich, überhanden. Oh, okay. Unsere Hand so wär weg und dann konnten wir gar nicht mehr gewinnen. Oh, Tracer. Oh, 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 ne, ist das hier drauf? Nein, ich bin tot. Aua. Ich hasse Tracer. Die ist so klein und schnell. Da treffe meine Pfeile nicht. Ach man, lieber, ich geb den hinterher. So, wie steht's? Weiß ich nicht. Wir müssen den zweiten Punkt wahrscheinlich verteidigen. Aber irgendwie... Ich hab nen guten Anfang, Maudato. Es ist alles gut. Ja, aber es kommt ganze Zeit. Die Folge ist gewonnen. Diese dumme... Ich, ich wechsel von Mercy weg. Ich spiel die nicht mehr. Wegen Moira oder Sombra? Wegen Sombra. Und nie macht hier jemand was gegen die. Ich war mal tot als du da. Nie. Heil nicht mehr. Okay. Oh, schade. Die Tracer hätte ich gerne erwischt. Äh... Ja, so nah treff ich nicht. Kein Fall. Oh nein, ich will nicht gehackt sein. Aua. Aua. Hehehe. Aua. Er wühnt. Er bräuchte irgendwas, was alle ganz schnell tötet. Okay. Okay, er ist umkämpft. Er ist umkämpft. Okay. Tracer. Fuck nicht ab. Ah! Tracer hat abgefuckt. Das einzige was Tracer kann. Tracer, bitte hör auf zu spielen. Ja, links im Sombra und Tracer von dir. Ja, und da ist auch Moira überall. Überall sind blöde Helden. Alter, jetzt hör doch auf! Ich sag doch die Tracer nervt. Nein, das war die... Sombra! Und jetzt kommt der Solcher! Ich hab die Sombra, aber Tracer und Genji haben... Auf'n Punkt, auf'n Punkt, auf'n Punkt, auf'n Punkt, auf'n Punkt! Ja! Hast du den Mund? Ich hab meine Goldmedaille und ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben. Außer du. Du warst gut. Ja, ja, klar. Ich bin die ganze Zeit gestorben. Ich auch am Ende. Wir sind alle nur rausgelaufen und gestorben. Hat die Runde Spaß gemacht. Mir zumindest irgendwie. Ja, mir auch. Guck da aber. Hatte ich Spaß. Ich war gehackt und konnte mich nicht vereisen. Ja, es... Es war fürchterlich. So viele kleine Helden die ganze Zeit überall rumgelaufen. Nein, es hat Spaß gemacht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Nur weil's fürchterlich ist, kann's auch Spaß machen. Ja, da, Super Moira. Gut gemacht. 20 Eliminierungen. Die ist nie gestorben, das ganze Match. Kein. Okay, cool. Ja, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Du hüpfst auf die drauf, die gucken alle auf dich und ich schieß Pfeile in den Rücken. Okay. Teamwork. Also, ich geh vor und sterbe? Ja. Ah. Aber ich kann meine Pfeile schießen. Ui, guck mal, ich bin gesprungen. Wir haben einen Junkrat. Okay, auf jeden Fall sollten wir nicht oben links lang gehen, oder? Ne, der steht da. Oben links. Ah ja, der ist da oben links hingehüpft, der Junkrat gerade. Oh, 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 oh. Also, ich sterbe jetzt und dann? Ich bin Junkrat. Ja, ich werd geräst. Was? Was denn das? Für ein netter, netter Dude. Ich mach einen Aufklärungsfall dahinter, dann seht ihr die. Ich hab gedacht, der wär auf der anderen Seite, aber der ist gut einfach rüber gesprungen. So, den Hanzo hab ich. So, jetzt ist hier Junkrat. Oh, der hat eine Kuppel, deswegen geh ich wieder. Da ist Zaya, Hilfe. Mercy, ich töte dich! Der Sohn ist auf K. Der Sohn ist auf K. Ja, der hat eine OP. Ja, okay. Ja! Genji! Ey, warum brennt Genji mir hinterher? Was ist denn das für ein Genji? Was war das für eine Zaya-Ult? Gangi. Wir haben auch einen Genji. Der hat am Anfang sogar einen Chat geschrieben. Ich bin Genji. Einiger Genji. Ach, wir haben es geschafft. Wir haben die Gegner besiegt. Ja! Ja, unser Plan ist aufgegangen. Ja. Und so, wir hätten mehr Schaden gemacht, da ist ich. Ah! Da hast du Tracer aufgefallen. Da hinten hüpfen sollte rum. Wenn nur einen bei uns trifft. Bei uns? Nein, nein, bei uns. Genau da, hinter dem Gebäude. Ich seh's, ich seh's. Warte. Da springe ich jetzt hin. Ui! Die Zaya ist auch volle durch meine Ult gehüpft. Okay, die Mercy haben wir. Wo ist Gangi? Ich weiß es nicht, der Soldier ist da hinten links. Da bei dir. Brutzel ihn. Hallo! Brutzel, 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 Brutzel. Der hat ein Heilfeld. Heißt meine Brutzel. Ja, aber meine Peile, guck. Es hat funktioniert. Der Plan ging auf. Sehr gering. Ja, ist mir egal. Ja, ist mir egal. Mercy hat geultet. Okay. Ich schieb den Wagen mal auf den Punkt, okay? Da ist ne... Ach, schau. Das war die schnell. Okay, die haben wir. Da ist ein Soldier. Brütel ihn. Brügel, Port, Brügelzeit! Ich hab keinen Bock mehr, da zu prügeln. Okay. Okay, ich prügel doch. Ja, prügel sie alle weg. Alter, gut gemacht, Brudardo! Da hinten durch. Oh, mein linker Zeigefinger tut weh vom Pfeil spannen. Nein! Engie! Ja! Na, ich mach nen Aufklärungsfall da vorne hin. Oh! Äh, wo rennt die Tracer rum? Hm, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hilfe, Hilfe! Wir haben bestimmt ne Mercy-Ult! Ja, sie hat Mercy! Mercy-Ult! Bitte nicht hier reinkommen, Soldier! Ja, dankeschön! Ich brauch Heilung! Mercy hat mich gerade gerät. Sie macht bestimmt das Beste. Der Bestmögliche. Einfach nur in Genji reingeultet. Au! Aua! Zaya-Ult war zu stark für mich. Ja, irgendwie war alles... Ich war ein bisschen zu nah für meine Ult, auf jeden Fall. Ich hätte ein bisschen weiter weggehen sollen. Na, für unseren ersten Push war das ganz schön weit. Ja! Lief ganz okay. Dafür werden wir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit rassiert. So, ich guck, ich geh sogar mit dir mit. Ich bin auch die Wand hochgekleidert. Ich bin hier hochgekleidert. Ich bin niemand nicht hochgekleidert. Ja, du kannst springen. Okay, wir schleichen uns hier durch. Warte, erst hier ist es kleiner. Ich hab ne Risa von hinten angeballert, die ist tot. Der McCree, den Kringer. Komm. Oh Gott, der läuft links und rechts! Was soll ich da machen? Er hat mich gecountert! Er hat sich bewegt! Ja! Das ist ein Soldier am Wagen. Das ist ein Genji, der am Wagen kommt. Ich hab den Genji! Schieb den Wagen! Ja! Er ist hier nur noch ne Uriza. Oh, ich werd gerest. Und jetzt noch meine Ult! Ich bin wütend! Oh nein, ich hab sie nicht bereit! Komm schon! Die sehen wir jetzt im Hintergrund, die Ult! Ja! Da! Oh! So cool! Oh! Sehr gut, war aber ein Genji im Spiel. Jadong! Als Genji. Guck mal, Hanzo und Laufen immer gut. Wenn man nichts machen muss. Das ist schön. Okay. Oh, okay. Die hab ich auch alle mit angeschossen. Ich hab aber nur einen Dreifachkiller an der Stelle gehabt. Ja! Hanzo! 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 Okay, niemand. Ja! Drei Leute mögen Hanzo! Zwei davon sind nur wir. Okay. Gut, Leute. Dann war's das wieder mit einer kleinen Runde Overwatch. Wir haben erfolgreich den Hanzo-Skin gespielt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Sombra, Bestchen oder sonst wen spielen. Ich muss mal gucken, ob ich die anderen Skins irgendwie noch bekomme. Und vielen Dank an Maudado fürs dabei sein. Schaut doch auch bei Maudado vorbei. Da spielen wir Chicken Horse, Minecraft und alles andere, was Spaß macht. Hm, geht. Tschüss! Niemals. Das ist vielleicht auch bei Maudada. Tschüss. Und wir sind normal bei Maudada, oder?